Musik Jawollah, es geht weiter mit Hart Reset, mit dem harten Reset Knopf. Ich bin ganz juckig darauf schon, ich freue mich richtig, das Game macht einen Heidenspaß, muss ich wirklich gerne sagen. Ich wäre aber sowas schon bereit dafür, dass wir im Privat nochmal spielen, weil es so einen kleinen Suchtfaktor hat mit den Leveln. Okay, muss man sich halt ein bisschen umschauen, ich weiß natürlich nicht, wie es hier weitergeht. Ich weiß noch nicht. Oh shit, das hätte früher explodieren müssen. Oh verdammt, der Kack ab, er geht fest. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nehmstechnisch geht es noch. Wow, den ersten. Oh, verdammt, ich hänge. Ah, er hat mich noch mit der Schästrichwille getroffen. Ah, ja, das geht noch. So schlimm ist es nicht. Feuertreffer. Ich musste mit diesem aufgeladenen Schuss immer Feuertreffen. Dieses AOE, es war alles mal schön und gut, aber es reicht nicht aus. Ja, es war da ein bisschen dicker eben gerade. War hier nicht irgendwo noch Lehm? Verdammt. Scheiße. Ich sollte, ja, ich sollte sowieso Lehmens gehen, das habe ich schon mal gesagt. Munition, Lehm und alles so, Waffen, naja, klar, das sind schon richtig wichtig. Habe ich einen Upgrade? Ich habe einen Upgrade. Gucken wir mal. Ich bin eher für den Kampfanzug bisher noch. Oh yes, was hast du da? Regenerationsgeschwindigkeit für Schild. Der, die Medi-Pisse. Da wollte ich noch ein bisschen. Schild. Schild geht weiter. Also startet früher. Ah, ist beides wichtig. Machen wir jetzt das hier. Ah, ich weiß, Waffen müssten wir auch mal wieder skillen. Oh, guck mal da unten. Mich nervt es gerade ein bisschen ab, dass ich hier keine Lehm bekommen habe hier irgendwo. Viele denken, ich benutze viel zu viel die eine Waffe. Sollte doch mal die hier benutzen. Oder sollte man vielleicht auch mal ein anderes Upgrade dafür kaufen, für diese andere zumindest. Ah, ich finde die einfach geil. Vielleicht nutze ich mal die auch mal. Die ist ja auch nicht übel. Die ist ja eigentlich auch nicht schlecht, aber... Achso. E-Taste gibt es ja hier nicht. Ich habe damit schon gerechnet mit euch, ihr Scheißdinger. Aua. Da ist einer durchgekommen. Okay, Lehm. Ganz wichtig. Ah, seht ihr? Hier war was hinter. Man muss echt diese Scheiße alles sprengen hier. Man muss echt auf sowas achten. Okay, hier ist nichts hinter. Fast denken könnte, dass man da irgendwie rankommt. Aber hier muss ich doch bestimmt hin, oder? Habe ich hier nicht schon mal eine Granate reingeschaffen? Ich glaube schon. Alles klar. Oh, endlich wieder volle Leben. Oh, Scheiße. Oh, oh. Oh, gut. Glück gehabt. Naja, das war jetzt Kleinkram. Also, die hat schon Nachteile, die Waffe. Definitiv. Sie braucht ziemlich lange, bis, äh, bis die Projektile da ankommen, wo sie hin sollen. Aber, ups, das war jetzt nicht mit Absicht. Das war vielleicht gar nicht... Oh, Scheiße. Und wo kommt die jetzt? Wie komme ich an dich ran? Ups. Habe ich das Upgrade kaputt gemacht? War da nicht mal irgendwas mit Magnet? Aber das hat doch, glaube ich... Muss mir das nochmal angucken. Ach, hier. Hochgeschossen. Also, doch nicht. Alles in Ordnung. Geheimnis gefunden. Also, das war wirklich so das Geheimnis gewesen. Ah, ich hasse diese Explosions-Typen. Hast du das schon mal erzählt? Ja, ich glaube schon. Das sieht mir doch wieder nach einer dummen Gefalle aus. Ah, hätte er sein können, dass das hier aufgeht dadurch. Ne, ne, wie kommen wir davon hier aus? Sollen wir mal die andere Waffe lieber nehmen? Erstmal, weil wir hier weniger Muni haben. Achso, sollte aber das... Ne, ne, okay. Wir sind hier gar nicht mal so falsch. Aber ich schaue mich erst mal um. Ha, 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 ha. Schränk mir. Ein wenig kurios. Muss man manchmal vielleicht auch mal um auf die Schiffe achten, dass die vielleicht Upgrades ein bereitstellen. Oh, guck mal, hier. Das sieht doch hier alles nach... Nein. Springen sie über die Müll und hier noch um die andere Seite zu kommen. Verstehe ich nicht, warum ich hier nicht durchklettern kann, ey. Ah, verdammt. Als wenn ich das hier auch nicht mitgekriegt hätte. Aber ich habe gerade gar nicht mehr so viel Muni. Oh, Mist, ist so klar. Oh, shit. Weg hier. Weg, andere Waffe. Ähm, wo seid ihr? Ah, ich sollte vielleicht doch auch mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr Skills mache oder doch. Ah, diese scheiß Sprengstoffkisse. Die hasse ich ja wie die Pest, die Dinger. Oh, oh, verdammt. Ach, du Kacke. Was kommt denn hier alles an? Na, Kucke, was soll ich jetzt machen? Na, kommt schon. Jawohl. Okay, den habe ich schon mal. Ich nerf nur die hier. Da. Auf den Kopf bis hier. Gut, dann haben wir den ersten schon mal. Was schießt mich denn da noch ab? Da oben. Bin da oben. Ich will darauf, dass ich den kommen sehe. Aha, Treffer. Muss nicht sehen. Scheiß drauf. Er hat was geballert. So, der habe ich nicht vergessen. Vergessen. Was soll das? Hä? Verstehe die meisten Sachen hier irgendwie nicht so ganz. Aber egal. Munition ist voll. Kommen wir mal durcheinander, was das Sturmgewehr ist und was nicht. Wie komme ich denn jetzt hier ran? Irgendwo von hinten wahrscheinlich. Kann ich hier was schieben? Kann ich hier was schieben? Hm. Kann sein, dass ich von da oben noch runterspringen kann. Ach, hier. Okay. Super. Ist hier noch irgendwas? Es leuchtet so auffällig. Oder? Es leuchtet doch so auffällig gelb hier. Hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Nee. Ich dachte schon. Nö. Mehr ist hier nicht. Verdammt. Mann. Ich fall immer gleich runter. Will gar nicht runterfallen. Okay. Hier ist schon mal die Abgehützstation. So viel habe ich aber noch nicht. So, ist noch was. Aber wir gucken mal wegen Magnet. Und was mit Magnet? Hab ich doch mal gesehen, oder? Das ist ja schon installiert. Naja, das ist es vielleicht gar nicht. Obwohl, das ist... Nanos, das sind doch, glaube ich, die Punkte, oder? Jetzt kann ich mittlerweile das hier nicht mehr mal skillen. Verstehe ich nicht. Egal. Naja, das könnte man vielleicht auch mal gebrauchen. Naja, gut. Huch, falsche Taste. Was ist denn alles rot hier? Ist das ja nicht daran, dass ich gar keine Punkte habe, oder was? Mann. So, das ist möglich. Ach, das war gewollt, oder was? Ja. Weil das würde es ja hier nicht durchkommen. Oh, das sieht doch wieder... voll nach Falle aus. Die Maschinen haben hier einen stationären Außenposten errichtet. Verstehen Sie ihn, um weiterzukommen. Okay. Ah, das ist einfach. Wow! Hab ich es gesagt. Verdammt, jetzt muss ich aufpassen. Aber ich komme hier nicht so einfach an mir ran. Von daher geht es noch. Hier war ich in der besseren Position. Die hatten Engpass und da habe ich natürlich mehr Glück. Ja, das war jetzt aber auch keine Gegnergruppe irgendwie. Und da kenne ich schon härtere Gegner. Wow. Freunde, hier ist mir, ehrlich gesagt, wesentlich viel zu viel Munition und so. Soll ich hier schon mal aufladen? Ich kann mich hier nicht bewegen. Ich kann mich gar nicht bewegen. Okay, da kommt eine ganze Menge noch. Oh mein Gott! Das war Dauerfeuer. Ich komme jetzt hier unendlich, kann das sein? Nö. Oh doch, da ist noch was. Deswegen komme ich hier unendlich. Scheiße. Mann! Boah. Okay. Schnell, 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 schnell wieder nach vorne. Ein bisschen mehr Leben habe ich da jetzt. Liegt auch übermäßig viel Leben rum. Da ist noch was. Deswegen. Lass mir hier Ruhe. Mann, du kannst dich ja gar nicht auf den Boss konzentrieren. Wow. Einfach weiter rennen. Und vor allem erstmal ein bisschen Leben. Was, 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 was? Was, was, was? Warte mal, ich muss kurz gucken. Was steht da? Aber erstmal höre ich mein Ohr. Klinge. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr da freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch. Kommi. Wмотрите mal. Vielen Dank.